Oh oh Elite Schattenleser Was ist denn da jetzt aufgegangen? Was ist da jetzt aufgegangen? Aha Das ist also schon mal aufgegangen Wer ist das? Wer ist denn das? Lady Thea Ihr gehört weder zu Schwarzen Garden noch zu diesen grimmigen Elfen Was geschieht hier? Man hat uns im Dunkeln gelassen Buchstäblich als auch bildlich gesprochen Wer seid ihr? Ich bin Lady Thea, ein Mitglied des Staatsrats von Kartal Ah Wir wurden von Markus Wolf und seinen Schwarzgardisten festgenommen nachdem sie die Vigilie gestürmt hatten und seitdem halten sie uns als Geiseln gefangen Ihr sagen was vorgeht Ich verstehe Endlich Und Markus rechte Han Danzen ist in Wirklichkeit ein Gesichtsloser? Das würde tatsächlich eine Menge erklären Jetzt hört mir gut zu Es ist sehr wichtig Dieses Gebäude hier, die Vigilie, ist nicht nur ein Palast Es ist ein Siegel, das von den Engeln über der alten gesichtslosen Stadt Kertal errichtet wurde Es verschafft eine Barriere aus Lichtmagie, die gesichtslosen den Zugang zu den Ruinen versperrt Kurz nach Markus Umsturz habe ich gesehen, wie Dunzen seinen Elfen und Schwarzgardisten befohlen hat alle Statuen und Ornamente zu zerstören, deren Ursprung auf die Engel zurückgeht Ich dachte sie plündern und verwüsten einfach nur den Palast Aber jetzt glaube ich, dass sie nach einem Weg suchen das Siegel zu zerstören Wenn es ihnen gelungen sein sollte, könnten sie in den Ruinen alles mögliche gefunden haben Ihr müsst sie aufhalten Wir können bei ihr Proviant kaufen Und Auferweckungsschrift Nein, sind sie nicht Ich hoffe, so eine Scheiße zu erzählen Wir verkaufen jetzt was Das will ich alles nicht Wir kaufen Auferstehungsschriftrollen Dann kaufen wir Magie aufheben Schriftrollen Dann kaufen wir alles an Heiltränken, was du hast Und dafür gebe ich auch gerne 7200 Gold aus Denn ich weiß ja ganz genau Ich hab das Geld! So Lady Thea also Lord Jeno Ach, hier sind ja alle Lord Jeno Wer seid ihr? Gehört ihr zu Markus? Ich bin Lord Jeno, Ältester des Stadtrats Was geht da oben vor? Antwortet umgehend Lobt sei Elrath Endlich hat dieser Wahnsinn ein Ende Er kann also Ausrüstung bestimmen Und der hier kann wahrscheinlich Ausrüstung reparieren Und der andere da Seid ihr gekommen um uns zu quälen? Lasst uns in Ruhe! Oh mein Gott Warum ist der so dumm So Jetzt geht's hier wahrscheinlich weiter Das war ja so fucking klar Ich bin jetzt ein bisschen beschäftigt Sehr gut Sehr gut Aua Irgendwer ist gelähmt, das passt mir auch nicht Oh Oh, was der shit Ich komm nicht dazu, nur Elr wieder normal zu machen Weil ich zu viel Schaden rein kriege, das ist jetzt zum Beispiel auch ziemlich scheiße Es kann weitergehen So Darf ich bitte noch mal meinen Proviant aufrüsten? Danke Tinara Vitalität Meinetwegen noch mehr Magie Wenn du es kannst, dann kannst du es Magische Foki Sind wir bald auf Großmeisterschaft Sehr erfreulich Doch wo führt das alles noch hin? Nein Ist das Erebos? Ist er das? Nein, ist er nicht Aber das ist ein Vieh, das immensen Schaden verursacht Ein Gesichtsloser Ich fühle Struktur Ah, Noel Ja Es ist tatsächlich eine Illgesichtsloser gewesen Bringt nur 55 Erfahrungen Ich meine Das ist total läppisch Ich kann es nicht nachvollziehen Na ja, die kann ja Ah, die ist ja verwirrt Nämlich Rasten bitte Kehrtal Stufe 1 Oh mein Gott Wir haben es erreicht Wir haben es tatsächlich erreicht Ihr braucht den richtigen Schlüssel Um diese Truhe zu öffnen Okay, nur von vorne Ungewöhnlich Möchte ich gleich mal anmerken Dass das sehr ungewöhnlich ist Dann kommt mal näher Aha Goldener Schlüssel Vielleicht ist das der Schlüssel Für die Das ist er bestimmt Das ist er bestimmt Ja Und warum hat man da jetzt so ein großes Brimborium drum gemacht? Ja Ancestors haben das stark gemacht Nicht zu fassen Dass man da so ein Wirbel drum gemacht hat Und dann sind da zwei Greifenringe drin Naja Auf jeden Fall Haben wir es jetzt endlich erreicht Kehrtal Stufe 1 Krass Wir erreichen die Festung Der Gesichtslosen Wir werden sicher einige von denen dort treffen Wir haben mittlerweile mitgekriegt Dass die sehr stark sind Selbst die No-Name-Gesichtslosen Oh mein Gott Ich sehe mal dezent Gar nichts Große Trauer erfüllt euer Herz Als ihr Crackhacks Leblose Gestalt findet Da liegt er Der alte Barbar hat viele Wunden erlitten Und ihr könnt tiefe Einschnitte ausmachen Ihr schließt daraus Dass er in der Schlacht gefallen ist Vermutlich im Kampf Gegen den Meister der Meuchler persönlich Dies bestätigt sich Als ihr neben dem Leichnam Die Scherben einer weißen Maske findet Der Maske von Erebus Um den Preis seines Lebens Hat Crackhack Euren Feind vielleicht gerade so sehr geschwächt Dass ihr ihn ein für alle Mal vernichten könnt Das haben wir Ich werde dich niemals vergessen Crackhack Nun werden wir Erebus töten Wir werden ihn finden Und ihn vernichten Oh mein Gott Sehr schön Der Gesichtslose ist direkt vor mir Jetzt prügeln wir die Scheiße aus ihm raus Ah Also er ist gar nicht so stark Wenn man ihn im Nahkampf binden kann Ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus Dass der grundsätzlich so gespawnt wird Dass das nicht so einfach ist Ihn in den Nahkampf zu kriegen Das sieht doch mal an einer coolen Sache aus So ein bisschen Schutz vor Dunkelmagie Why not? Dunkelblaue Flüssigkeit Magie Violette Flüssigkeit dürfte Glück sein Wir haben also was gefunden War hier nicht noch irgendwas? Ne Sonnenfäustlinge Sehr nice Und wo geht's jetzt weiter? Nur hier oben Ich höre Die Bosheit Ich höre die Bosheit Dieses Ortes Okay, es sind nur die hier vorne Macht mal Und es wird dunkel Nochmal Wasser fließt frei Das Spiel wird uns jetzt gut vorbereiten Und was sehen wir denn da schon Durch die Höhlenwand? Dass wir gleich ins Freie kommen werden Offenbar Wir können uns vorstellen Wie es da aussieht Wahrscheinlich hat es Ähnlichkeiten Mit dem Grabmal des großen Grauens Davon gehe ich jetzt einfach mal aus Aha Hätte man sich ja denken können Ich bin ein bisschen beschäftigt Jetzt Abonn 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 Ich würde gerne versuchen Sehr gut Warum ist denn die jetzt bewusstlos? Wie ist denn das passiert? Oh Gott Die ganze Scheißbande Und steh daun Oh Gut Der Gesichtslose bewegt sich gar nicht Offenbar Dann nutzen wir diesen Moment Um unseren normalen Status Wiederherzustellen Warum kann sie das nicht wirken? Warum? Warum nicht? Achso Weil sie nicht dran ist Es ist sehr dunkel Es ist sehr dunkel Es ist sehr dunkel Bisher kommt nichts an diese Gegnergruppe ran Gegen die wir in der Vigilie kämpfen mussten Noch nicht Obwohl ich jetzt schon ziemlich genau aufpassen muss Was ich mache Also ich darf mir jetzt eigentlich keinen großen Fehler mehr erlauben Wobei wir jetzt natürlich genügend Auf Erstehungsschriftrollen haben Hmm 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 Hmm